Morgen ihr Luschen, Ausbilder Schmied mein Name. Umweltschutz finde ich super. Ich habe ja auch so einen kleinen Schrebergarten. Die Gartenkolonie heißt Klein Alcatraz. Und in so einem Garten überlassen viele der Natur ihren freien Lauf. Bei mir gibt es das nicht. Bei mir hat jeder Apfel eine Nummer. Und im Herbst will ich Leistung sehen. Denn wenn er schon im Sommer ein Apfel runterfällt, dann kommt er in den Luschen ein und wird direkt nach Holland verkauft. Und im Garten hast du Nachbarn. Der eine Nachbar ist so ein Öko, so ein Biobauer. Der will immer mit mir reden über Umweltschutz. Sag ich immer, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss Autoreifen verbrennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017